Ich hab vergessen was ich sagen, oh alter Scheiß. Ist das geil! Starte einfach, alter! Ich bin komplett gestört. Achso, ja, ich weiß. Ich muss noch drücken. Ich hab noch kein Auto? Ich bin nicht geeignet? Warum bin ich nicht geeignet? Fahrzeugstufe 6 wählen, hab ich doch. Ah! Jetzt gib ihm! Hallo? Hallo? Bist du abgestürzt, alter? Was ist da los? Hallo? Ja? Es lebt! Ich drück auf Start, ich bin komplett durch. Ja, du kannst gleich mit dem Verfahren anfangen, das sollte ich auch für mich zählen. Was fahren Sie? Das ist nicht wahr, oder? Ich hab mich grad die ganze Zeit kaputt gelacht, mehr nicht. Ja, super. Und das war dann an der Moderation nicht einfach kaputt zu lachen, ich sitz hier... Einwandfrei, einwandfrei! Fang an, alter! Lass laufen das Ding! Würdest du noch was sagen? Nein, ich will nichts mehr sagen. So, also ich spiel mit dem Onkel Mati zusammen, W.O.T. Und wir kriegen Tiersch aufs Maul und ähm... Ente. Ente. Und wir starten mal! Ja, dann jetzt auch von mir ein herzliches Willkommen! Spaß und Spiele im Wald, wir gehen heut wandern! So! Oh Mann ey! Ich hab die ganze Zeit grad mit dir gelabert und hab diese bescheuerte Taste nicht gedrückt, alter! Und ich hab mich gehundert, warum antwortet er denn nicht? Oh mein Gott! Ja, aber... Wie ich das gute Stratat hier grad schon so sinngemäß... äh... äh... bemerkt hat, wir werden jetzt so richtig schön verwarmst werden! Ja, rechts, links, oben, unten, hoch auf den Damm! Wie hoch runter auf den Damm? Ich hab immer noch hier scheiß Ladebild! Echt? Ich komm schon drinnen! Was ist da los? Ja... Ist mein Toaster jetzt abgeraucht! Was, 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 was abgeraucht? Nein, kommt, kommt! Balken voll! Bin gleich da! Ich hätte vielleicht nicht volle Polygrafik einstellen sollen! Warte, ich komm her! Wo bist du? Ach da! Äh, ich fahr nach rechts, ich hab keine Ahnung wo ich hinfahre! Ich kenn die Karte nicht und äh... Ich geh sterben! Ja... Wir gehen sterben! Hat er gesagt! Das werden wir dann mal tun! Ist aber echt schön geworden! Also ich muss mal anmerken, ich hab nicht gespielt... seit... keine Ahnung... Ein Jahr... Oder so... Wir haben jetzt beschlossen hier gemeinsam ein bisschen rum zu Kaspern... Autsch! Autsch! Wo fährst du mit mir hin? Ich krieg hier voll auf den Wanst, Alter! Ich hab keine Ahnung, ich kenn die Karte nicht! Ich fahr einfach nur den... vor mir da... nach, so... Ich sitz in der Hecke... In der Hecke... Wo ist er? Wo... Wo ist er? Ja komm, halt doch mal die Nase raus! Willst du nicht? Oh Gott! Feuer weiter! Oh, da oben! Auch nicht! Ei! Verstecken sich doch alle! Da fahren wir halt einfach weiter! So... Pisten Buddy! Wo bist du? Ich komme! Ein Bärchen nicht hoch! Ich hab grad den OI getroffen... Und er hat mich getroffen! Und... Okay! Ja! Oh, die hängen da alle hinterm Bärche. Ich kann hier auf gar nichts schießen! Ach, hier oben ist Party. Oh, Party. Ich komm. Ich komm gleich wahrscheinlich um die Ecke und mach Boom. Obwohl, da ist ne Hecke. Da ist ne Hecke. Da kann ich mich verstecken. Von links, vom Berg. Der kann doch gar nicht schießen auf uns da drüben. Der ist doch... Ne, ne, der ist noch ein VK. Der sieht mich doch ohne. Ich bin doch so ein Heckenkack auch. Ah, ich fahr mal drüber. Ich fahr mal drüber. Ich fahr mal drüber. K Tanke wiedergut Schön, ich hab mal einen da reingelassen. Ah, und schieß dann da unterneben. Puff! Das klappt ja noch einigermaßen mit dem Ziel. Ah, ich krieg's auch nicht mehr runter. Wo ist der Pudel? Da hat ein Krummel auf mich geschießt, Alter. Ja, ich krieg's auch nicht mehr, ich krieg's auch nicht mehr, ich krieg's auch nicht mehr. Ich fahr jetzt cappen. Ja, ich bleib's ein bisschen unten. Geht aber wahrscheinlich nicht drauf, aber ich versuch's trotzdem. Ja, ich krieg's auch nicht mehr. Also, ich krieg's auch nicht mehr so schnell. Komm doch raus, komm! Wat eine miese Ratte! Tja... War nicht gerade schon alle am Cap-Kreis? Keine Ahnung, ist mir nicht aufgefallen. Doch. Ich hab's nicht gesehen. Alter, du stehst dermaßen offen! War nur Glück! War nur Glück! Von wegen! Ja, hätte ich dich nicht vorbehandelt denn da... Ja... Außerdem bin ich immer sehr offenherzig. Hm, klar. Hupala, Häuschen kaputt gegangen. Tja, das war dein Rollensieg. Ja, war ganz okay. Gut, mein Panzer ist kaputt gerostet. Da darfst du nicht so oft durch die scheiß Pfützen fahren mit deinem... Was war das überhaupt? Das war ein deutscher Panzer mit japanischer Technik. Oder... Japanisch geklaut. Oder... Ja... Tja, gut. Das Match ist durch. Wir sehen uns vielleicht... Demnächst. Däuner mit dem Riesst! Däuner mit dem Riesst! Däuner mit dem Riesst! Vielen Dank.